Um die Brücke aus dem Stand zu lernen, musst du auf dem Bund eine gute Brücke können. Schau dir meine Brücke-Tutorials an. Ein Armlängeabstand von der Wand nehmen, Hüfte bleibt gerade, auf die Hände schauen und komm mit deinen Fingerspitzen an die Wand und wieder hoch. Dabei bleibt der Kopf zwischen den Armen und versuch hinten die Wand zu sehen. Dabei darf der Bauch nicht nach vorne geschoben werden, sondern ganz fester Bauch und die Knie müssen wir durchgestreckt halten. Bei der nächsten Übung, Arme wieder hoch, auf die Hände gucken, geh mit den Fingerspitzen zur Wand und mit den Füßen machst du kleine Schritte nach vorne. So, jetzt kletterst du langsam mit den Händen halb runter, nicht bis zum Boden. Die Schulter darfst du dabei nicht senken lassen, sondern drück die schön hoch und komm wieder hoch und Schulter, Rücken etwas auslockern. Mit der nächsten Übung kannst du erst dann weitermachen, wenn diese Übung gut geklappt hat. Die nächste Übung sieht sehr ähnlich aus. Komm mit deinen Fingerspitzen zur Wand, Füße nach vorne und langsam runterklettern. Halte deine Schultern oben. Dieses Mal klettern wir bis zum Boden, also in die Brücke stützen. Wie du von der Brücke wieder aufstehst, erfährst du auf meinem Kanal und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß.